Hier haben wir unseren Philosophen, den Seneca. Seneca, ein sehr netter, gemütlicher Hund. Ein Rüder aus Athena, ein Alphahund, freundlich. Hey, schau mal her, etwas beschäftigt. Seneca, Seneca, schau mal her. Keine Zeit. Er ist mit der Conchita zusammen. Und jetzt hat er gerade Auslaufzeit. Hey, wie ist sowas? Er ist übrigens verträglich auch mit anderen. Ich hatte auch schon eine andere Gruppe draußen. Also ein paar andere Hunde mit ihm draußen. Ist alles kein Problem. Super netter Hund, mittelgroße, die 50 Zentimeter. Schau mal her. Seneca. Hi. Hey, cool. Buongiorno. Ja, fein bist du. Ganz ein feiner Pupp bist du. Ganz ein feiner Puppipupp. So gut, ja. Und schon ist er wieder beschäftigt.